Innovative Schalungen, Gerüste, Lösungen und Dienstleistungen. Das für alle Bereiche des Baus. Dafür stehen wir. Dafür steht DOKA. Wir liefern die Lösung dort, wo sie benötigt wird. Ob tief unter der Erde oder in luftigen Höhen. Damit unsere hydraulischen Geräte störungsfrei und wiegeschmiert arbeiten, machen sich unsere Mitarbeiter schon mal die Hände schmutzig. Ich bin Gregor Radlbauer und Mitarbeiter im JADO Vorrechtsschutz. Heute möchte ich euch den Bereich Hydraulik und Maschinen vorstellen. Warum dieser Bereich so wichtig ist, das zeige ich euch gleich am Anfang. Mein Team und ich sind dafür verantwortlich, dass unsere Maschinen sicher sind und auch technisch einwandfrei funktionieren. Unsere Mitarbeiter sind nämlich richtige Experten. Sie müssen sich sowohl sehr gut mit Elektrik auskennen, als auch umfangreiches Wissen in der Hydraulik haben und unsere internen DOKA Qualitätsstandards umsetzen können. Wir machen ja gerade Mitarbeiter-Schulung. Training in unserem Unternehmen ist ganz, ganz wichtig. Vor allem für unsere Mitarbeiter. Und hier im Corporate Headquarter haben wir alle Produkte ausgestellt. Super toll zum Trainieren. Wir haben ein globales Netz an gut ausgestatteten Standorten. Damit sind wir für unsere Kunden weltweit und rund um die Uhr verfügbar. und leitere Shallow vom Wir wissen, dass die Einfluss ist eine bestimmte Leitungen in diesem Leben, da soll es auch neu für unsere Arbeit ausgeschrieben werden. Wir brauchen noch die Einfluss. Wir brauchen die Einfluss. Wir brauchen die Einfluss. Wir brauchen die Einfluss zu machen. Wir brauchen die Einfluss. Vielen Dank.